Ich bin die Vreni Schmid. Ich bin hier zu uns aufgewachsen, lebe hier zu uns. Ich darf hier im Museum Führungen für Schulklassen machen. Das sind Workshops. Und zwar darf die Kaufe selber etwas machen. Wir erzählen über das Klausen, über das Überfahren, über die Tracht. Und wir sind hier gerade im Trachtenzimmer. Am Schluss dürfen die Kaufe noch ein Teuerchen lernen. Der Sinn dieses Workshops ist, dass die Kaufe etwas selber machen dürfen. Und alle anderen. Und hier dürfen sie die Trachten probieren. Und eben, wenn wir hier angeschaut haben, dürfen sie hier die Sachen selber bestimmen. Ich zeige es euch gleich. Ich frage, wo hat der Junge die Hosenträger? Dann dürfen sie hier her tun. Wo ist ihm seine Kühebrusche? Die ist hier. Wo ist das Brusttuch? Die Kaufe. Und die Kühe. Und so dürfen wir diesen Kaufe etwas mitgeben. Und ich freue mich natürlich, wenn ganz viele Schuhe gelassen könnten. Vielleicht sind es gerade eher die Nächsten. Danke vielmals.